Ich bin Ulf Mittelberg und darf Schirmherr für das Beneflitz sein. Ein ganz tolles Event am 9. Juli. Kommen Sie alle her, helfen Sie Menschen, die sich noch nicht selber helfen können. Helfen Sie Kindern, indem Sie ganz einfach hier eine Runde durch den wunderschönen Klarerpark laufen und für jede Runde das spenden, was Ihnen die Sache wert ist. Beneflitz ist eine Menge wert. Kommen Sie alle, tolle Veranstaltung. Vielen Dank.